Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge von One Piece Fight Wars 4 und heute sind wir hier ankommen in ein bizarrer Kampf Drei Piraten rücken vor Ja, wir müssen immer noch Ruffy befreien und wir können jetzt Oh, wir können jetzt ausstehen Das ist die Kuri Ja, na klar, ich nehme Kato Kuri Oh, das wird geil Ja, wir müssen natürlich jetzt Ruffy befreien Und das haben wir, glaube ich, auch gerade gemacht Und jetzt müssen wir natürlich hier verschwinden Ähm, ich level mal ein bisschen Kato Kuri Weil ich hab die, ich hab eigentlich schon aufgenommen, diese Folge Und dann leider ist ein bisschen was schief gegangen Deswegen ist der Kato Kuri auch hier schon ein bisschen gelabelt Wir haben sehr viel auf Angriff gehen Denn der Typ, der ist, ähm, wenn der nicht so gut gelabelt ist, nicht so stark Deswegen machen wir das auch hier direkt hier Machen wir das auch nochmal, ein bisschen Ausdauer Aber ich will jetzt auch komplett auf Angriff gehen So Zack Ich könnte mal hier fast die ganze Karte fertig machen Dann machen wir hier noch Bisschen Schäde Bisschen Leben So Ist so perfekt Okay Ja, dann rein Ja, da sind wir auch Alter, wie groß Kato Kuri ist So, wir sind hier in Warnoponi Alter, guck durch die Katern Hilfe So, dann müssen wir erstmal von Hawkins die Anführer töten Hawkins ist auch wieder da Oh Gott, oh Gott Okay, das ist seine erste Flieger Da kann, schießt er halt mit seinen Schleim Neh, nicht das mal Könnte auch Quark sein Was macht er hier? Er ist jetzt hier so ein Donut Der heilt sich damit auch Und hier Seine Roti Und dann macht er so einen Puncher Die Hand hat sich voll angesehen wie Äh, von Whitebeard Na, guck doch mal an Wie schnell wir hier Hawkins Licy Runtermachen Und jetzt mit unseren Was? Hm? Ja? Kato Kuri? Nice Der, der haut mich zwar jetzt nicht um den Löffel So wie im Anime Aber Er ist trotzdem in Ordnung Gut Ähm Ach, scheiße Der hat ja Stimmt, wir müssen erstmal alle Äh, Soldaten hier töten Sonst heilt er sich ja immer Gut, jetzt können wir schön auf ihn drauf Jetzt hat er nur noch ein Leben Aber es geht richtig schnell hier Ich komm ein bisschen drauf Und dann hat er schon Sehr viel Leben verloren So Jetzt ist er down Gut Was müssen wir da machen Wie diese Krate, Alter So Hawkins Zieht sich zurück Gut Gut, da kommen noch mehr von den 100 Piraten 100 Bestien Piraten So rum war's Und findet den Offenheitsort der Gefangenen Ah, es gibt natürlich noch mehr Gefangene Raffi war anscheinend nicht der Einzige Oh gut, dann können wir uns schon mehr da rum Oh gut, das war nice dann Das war ein neuer Einwurf, ey Gott, sagt uns, wo der Gefangenen auf den Fall ist Okay, Alter Okay, jetzt gefällt mir doch ein bisschen Katakurin Das war ein nicer Einwurf, Alter Okay, hier geht's anscheinend weiter Und guck mal Das sieht doch gut aus Da ist Frankie Frankie gefunden So, also der ist da hinten Niemals Ich bin Ich bin Gott Kurts Frankie ist gerettet schonmal Das ist nice. Da ist Lizop. Okay, der Nächste. Ihr könnt euch aber auch nicht selbst befreien. Ihr Lusches. Das ist eine Reiheanführer. Der habe ich schon. Der ist schon tot. Wer ist hier? Ich hoffe, hier ist keiner. Waren die im Anime nicht auch um die Fingers? Also ich glaube, das war nur Ruff und so. Das war's. Ich hoffe, hier ist keiner. Waren die im Anime nicht auch um die Fingers? Der hat ja auch diese spezielle Aki genutzt. Dann ist hier noch irgendwo ein... Eine Zelle. Die ist nur ich hier innerhalb. Aber da habe ich doch schon reingeguckt. Hier habe ich schon geguckt. Ich bin blöd. Kann ich hier runter? Ne. Ach doch. Da ist Robin. Zum Glück sind wir hier noch lange gelaufen. Das hätte ich dir ja nie gefunden. Das hätte ich dir ja nie gefunden. Ich bin blöd. Ich bin line. Oh,pus. So lange. Da ist Mönche. Hier sindほ marken Schwarz. Sie laden zur sprite. Ich bin hornsus. Ist das? Ihr wollte alles raus? Los bitte. ativa Huawei noch immer. 쿠 king. Nein, nicht wirklich. Vorhin spaziert eine Hinterarztruppe auf der Straße zum Hafen. Okay, wir müssen da hin. Also hier einfach runter. So Leute, hier runter auf den Stand. Na, das war so klar. Da hinten am Augen auf euch jetzt zu gehen. Ja, ja, ich bin noch schon unterwegs. Robin, warte! Ich kümmere mich um die. Oh, nee, Alter. Die sind jetzt alle angekommen. Sogar Drag. Gut, ich habe mich jetzt mal kurz geheilt. Jetzt kommen die alle. Gut, gut. Robin sind weg. Einen ab. Leute, ich kümmere mich darum. Da sind sie. Da keine Chance. Gegen Tatakuri. Oh, ah, ah. Nur weil du ein... Äh, ein Dinosaurier bist. Weiß das nicht. Dass du mich befindest. Weiter. Geh nicht auf den Sack. Oh Mann, der ist gar nicht tot. Ich bin so froh, dass ich hatte Kuri gelevelt habe. Ich glaube, das ist echt schwierig geworden. So, Alter. So, das ist alles. Die sind da hinten jetzt auch. Ich muss noch Horton kicken. Gut. Los, Ropsin! Ja, Robin, kann es weitergehen? Oh, ich bin fast tot! Ich muss mir hier mal was zum Essen holen! Bam! Dann töten wir hier nochmal die Sammerei am Führer! Ein Stück hier auf dem Haufen, Alter! Okay, dahin haben wir glaube ich noch Lissop, ah nee, Lissop haben wir schon! Jetzt, hier ist er mit Franky! Nee, Raffi! Ja, das ist leider jetzt verschwindet! Oh, da hinten am Treffpunkt ist dann... Was ist los? Es ist schon leid, dass ich hier auch nicht viel reden kann, aber... Es gibt ja auch nicht viel zu reden! Ich sag irgendwie auch nur die gleichen Wörter! Weil, was soll ich hier nur sagen? Okay, wir sind jetzt hier am Stand angekommen! Jetzt müssen wir noch auf Raffi warten! Die Musik ist so komisch! So, sprühen wir erst mal nicht! Nee, Spaß! Kann man hier nicht irgendwie so... Nee, das war ich nicht! Genau, sowas wollte ich! Und das ist normal! Achso, bin ich nach unten! Genau! Ich glaube, das kann man mit jedem... Ja, das kann man mit jedem Charakter machen! Na, Franky, du auch noch! Und Franky, der ist in... was? Wieso, der Anführer kommt jetzt vom Gebiet! Na, Franky, komm jetzt! Ich kämpfe jetzt nicht mit 100 Leute! Boah, das ist auch eine richtig geile Aptik! Was ist das? Quark irgendwie? Ich hab keine Ahnung! Jetzt werden wir das hier aufladen! Ah, dann spawnen wir also Donuts! Die dann für uns schießen! Ich suche nach Kaido! Äh... Nee! Einfach mal so! Ja! Such mal einfach nach Kaido! So, die anderen sind jetzt... ...uns mal aufs Schiff gegangen! Okay, Raffi! Ist das dein Ernst? Männlichen, du graben! Ah! Check, da bist du ja wieder! Nies, olle! Elefant! Wirklich! Ist das wirklich ein Elefant oder ist das eher so ein Mitaurus? Das ist ja ein Mitaurus. Äh, ne, Quatsch. Es gibt doch noch so eine Art... Ich hab's gleich. Ich bin von Ice Age. Wie heißen diese Tiere nochmal? Naja, sie sind halt ähnlich wie. Elefanten. Wie fällt's vielleicht? Nein. Äh, das schnellen wir raus. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. ich hab den namen jetzt rausgefunden und zwar rüsseltiere heißen die das ist ein rüsseltier da muss ich jetzt extra ich kann euch mal voll ist das alles maximus in der afrika der afrikanischen was passiert hier nur halb am lesen und dann gibt es noch den savannen elefant keine ahnung was das hier für ein elefant ist ja komm schon jetzt stirb doch ja junge warum halten diese fetten tiere immer so viel aus alter kann man sein scheiß schild jetzt weg gehen ich das ist so nervig wenn du die ganze aus dem gegner drauf hausst und der grauen schaden ab ja 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 Ah! Issao! Zeh! Omaeら! Hito no話を聞け! Matoめて踏みつぶしてやるわ! Nani! Ima da! Kuroいやがれ! Gomo gomo no! Zanke! King Koshita! Kuro! Yossha! 見たか、アキザオ! ああ、俺の一撃が決まったのを見た。 てめえのじゃねえ。 何だと、この野郎! お前ら、先にとどめを! そこまでだ。 ああ、何だてめえら! ビッグマム海賊団、鬼ヶ島に上陸間近との方あり。 急ぎ戻りましょう。 ママ… 今は引く。 だが、今度こそ次はない。 あ、ああ! 逃げるな! 待てー! てぃ! ぶんだ! あ、一体何すんだ! これ以上の長居は無用だ。 俺は戻る。 お前らに力を貸してやるのも、これまでだ。 おい!何すんだよ! ゆうか、てめえ! 逃げて! お前今、何した! てめえのせいべ、逃がしたじゃねえか! お兄ちゃん! どうして麦わらを捕まえないの! 絶好のチャンスだったじゃない! 奴らは逃げん。 ママと合流して事態を報告する。 体勢を整え、カイドウの動きを警戒する方が先決だ。 お前との決着、今は預けておく。 麦わら! お前ら! 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 wir noch brauchen, bis das Bier nicht vorbei ist. Nee, Spaß. Ja, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Onikashima. Zwei der vier P... Was? Zwei der vier Kaiser stehen im Weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.